Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Football Manager 2020. Eigentlich wollte ich diese Folge ein bisschen später beginnen und nicht ein paar Tage, nachdem wir die letzte Folge beendet haben, um halt das Scouting noch ein bisschen zu nutzen und ich glaube bei dem Griechen, ich habe seinen Namen gerade vergessen, dauert das eh noch ein bisschen. Aber ich habe gerade eine interessante, eine sehr, sehr interessante Mail bekommen und das könnte alles verändern. Das klingt jetzt sehr dramatisch, aber es könnte wirklich alles verändern und zwar ist Fabio Silva auf der Transferliste für 525.000 Euro. Und Leute, ganz ehrlich, für den Spieler würde ich natürlich mein komplettes Budget auf den Kopf hauen, weil Fabio Silva hat so extrem viel Talent. Seit Jahren wird er immer im FM richtig guter Spieler, ein echtes denn richtig guter Spieler, wenn auch noch sehr inkonstant. Das müssen wir sofort machen. Ohne wenn und aber, es sind extrem viele Vereine interessiert, aber es gibt noch ein Angebot, ist auch gerade noch relativ frisch. Wir haben eine Mini, 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 Mini Chance, also wirklich unter 5%, dass wir ihn bekommen können. Dafür müssten wir jetzt sofort anfragen und viel Geld hinlegen und dann kann es was werden. Aber sobald einer dieser anderen Vereine mit rankommt, haben wir keine Chance mehr. Aber ich würde es gerne probieren. Wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn bekommen, ist extrem gering. Wir werden hier auch nicht irgendwie großartig verhandeln. Ich hoffe einfach nur, dass er Bock auf uns hat. Hat er. Und wir müssen ihm halt sofort ordentlich Geld bieten. Also 20.000 mindestens wahrscheinlich. Ich würde gerne das mit dem Sprungbrett rausnehmen, dann haben wir die Chance, keine Ausstiegsklausel drin zu haben. Gehalt wird deutlich erhöht, ist okay. Alles ist okay, wirklich alles okay. Jupp, er würde es annehmen. Die Ausstiegsklausel können wir leider nicht rausnehmen, die 27. 23, ja, ich würde mal auf 21.000 gehen. Wie gesagt, ich muss diesen Spieler haben, ehrlich gesagt. Ohne, wenn er da war. Loyalitätsbonus ist schon fast ein bisschen zu hoch. Ich hoffe, wir können uns das trotzdem noch leisten dann. Könnte knapp werden, aber sollte gehen. Ich werde hier gar nicht so großartig viel verhandeln. Ich werde das nur ein bisschen umherschieben. Die Gehaltsstellung muss ich leider rausnehmen. Ich muss hier, ich muss hochgehen. Wenn wir den bekommen könnten, auch wenn er wahrscheinlich eine richtig schwere Zeit bei uns haben würde, wir könnten den halt mit so viel Gewinn verkaufen. Ja, schade, dass wir hier nicht wirklich weiter hochgehen können. So, Team of the Year-Prämie noch. Dürfen wir echt nicht geizig sein. Noch Länderspielprämie. Dürfen wir auch nicht so geizig sein. Machen wir 5-5. Das wird finanziell für uns jetzt erstmal richtig hart werden. Weil er halt alles wegnimmt. Danach, wenn wir dem kommen dürften oder sollten, werden wir auch nur noch leiden können wahrscheinlich. Aber der könnte uns so viel bringen in der Zukunft. Ist aber risikoreich, muss man sagen. Auch wenn er halt ein guter Spieler werden kann. In einer Woche holt er sich ein Kreuzbandriss und dann habe ich die richtige Arschkarte. Das würde er direkt annehmen. Das ist auch mein Wunsch gewesen, dass er das macht. Aber ich muss diesen Spieler haben. Ach, guck mal, wir sind schon am Ende der Saison jetzt gerade. Aufgestiegen sind wir. Hey, wer hätte es gedacht? Vollkommen überraschend sind die Überraschungen der Saison. Ich habe auch gerade einen Erfolg freigeschaltet. Zeig mal kurz her, was war das? Das war Überflieger. Ihre Mannschaft wurde zum Überraschungsteam der Liga gewählt. Ja, das ist okay. Die meisten Tore von Tore Gossa, die meisten Vorlagen von Carlo Holze und die beste Durchschnittswertung von Bezuschko. Hey, unglaublich, dass Fabio Silva auf der Transferliste ist. Ich hoffe, den kann ich bekommen. Das wäre so geil. Wir werden jetzt auch gar nichts großartig anderes machen. Die ersten Minuten. Wir gucken einfach, was so passiert. Habe ich das? Anscheinend schon. Der Vorstand würde gerne ein Treffen mit uns abhalten, um die Erhöhung des Assistenztrainer Gehaltsbudgets zu diskutieren. Wie wäre es mit ein bisschen mehr Transferbudget? Können wir irgendwie nicht anfangen. Wir haben die ganzen Einrichtungen. Wir haben einen Vertrag für mich. Dann die Gehälter für die anderen Kollegen. Vielleicht die reinvestierbaren Transferinnahmen. Aber da hat er auch keinen Bock drauf. Ja, super. Wir spielen gegen Lupo Martini Wolfsburg im DFB-Pokal in der ersten Runde. Da war irgendein interessanter mal Trainer jetzt die letzten paar Jahre. Ich weiß aber nicht mehr wer. Jedenfalls jemand, den man auch kannte. Achso, es wurde doch gesteigert. Ich habe dann falsch gelesen, sorry. Ach, wir starten gegen den HSV, natürlich. Natürlich starten wir gegen den HSV. Gegen wen auch sonst, ne? HSV Wolfsburg, Gladbach, Hannover, Regensburg. Ja, hier sollten wir schon aus den ersten fünf Spielen sieben Punkte holen. Hannover und Regensburg halt sechs, ne? und dann halt hier einen Punkt raus tun. Das wäre schon sehr gut. Restprogramm ist absolut schrecklich. Leipzig, Freiburg ist auch nie leicht. Bayern, Leverkusen, Hertha, Dortmund. Das ist, das ist richtig, richtig schwer. Aber ich glaube, in diesem Jahr wird es nicht ein einziges leichtes Spiel geben. Selbst gegen Regensburg wird es halt schwer aufgrund der Voraussetzung, dass wir dieses Spiel gewinnen müssen. Wir versuchen einfach irgendwie oben zu bleiben, ne? Aber wenn wir jetzt, ach, ich bin gespannt. Ich bin einfach gespannt, weil wir haben eh kein Geld, so oder so nicht. Also, ganz ehrlich, ob es jetzt nun Fabio Silva wird und der Rest halt Billigleute oder ob es jetzt nur Billigleute werden. Dafür aber ein paar mehr ist doch eigentlich wurscht, oder? Ostingen wurde auch auf die Transferliste gesetzt. Achter verlässt den Verein, obwohl eben da noch stand, dass ich den Vertrag verlängert habe, was ich eigentlich auch gar nicht gemacht habe. Ach, das stimmt, die ganzen, Kollegen kriegen jetzt ja mehr Gehalt, weil wir aufgestiegen sind. Scheiße, ey, muss das sein? Oh Leute, wir haben so die Arschkarte, ne? Finanziell, weil wir kein Geld kriegen. Generell dem Verein geht es ja sehr gut, finanziell. Aber, boah, Irk. Ganz großes Irk. Sobald andere Angebote übrigens für Fabio Silva reinkommen, würden wir das sehen. Momentan ist aber, oder habe ich jedenfalls noch nichts gesehen. Wir sind auch der einzige Feind, der bisher ein Angebot abgegeben hat. Die Frage ist, hat, wir haben ihn leider nicht vollständig gescoutet, aber gut, wenn Porto ihn schon auf die Transferliste packt, warum sollte er dann mit den verlängern wollen? Also, ich wollte gerade sagen, nicht, dass Porto mit ihm verlängert, aber das macht eigentlich gar keinen Sinn. Ich hoffe, das dauert jetzt auch nicht allzu lange, also jetzt die ganze Zeit euch warten lassen möchte ich auch nicht, aber ich glaube, es ist gerade einfach nur spannend, ob wir Fabio Silva bekommen könnten oder nicht. Auch den Griechen, ich glaube, war es, wir gucken jetzt vergleichbar. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, Lyko Giannis war es, ah, danke, ja, Lyko Giannis, hat ein Angebot von Trapsonspor bekommen, weiterhin keine Angebote für Fabio Silva. Oh, Fabio, bitte komm zu mir, ich, ich gebe dir alles, was du möchtest. Das wäre halt der göttlichste Transfer, den du machen kannst. Manchmal hast du einfach so ein Glück im FM, dass du solche Spieler billig bekommst, weil die halt einfach bei ihrem aktuellen Verein kaum Spielzeit bekommen. meinen Wunsch, dass wir den Kader zum Trainingsstart fertig haben, der war ja so oder so schon nicht realistisch, deshalb hätten wir uns auch gar keine Hoffnung machen müssen, aber ich wollte nur sagen, dass gleich der Transfer Start ist und gleich auch dann der Trainingsstart ist. Die einzigen Transfers, die hier schon feststehen, sind natürlich die, die wir im Winter getätigt haben. Ja, ich müsste hier eigentlich auch was machen, aber momentan würde ich eher sagen, konzentrieren wir uns erst mal auf den Kader, weil die ganzen Mitarbeiter, die werden eh nicht gehen, bevor sie keinen anderen Verein gefunden haben. Von daher kann man das dann immer noch machen, bevor ich jetzt hier irgendwie unüberlegte Aktionen machen würde und sage, ach komm, du gehst mal und nachher ist ja dann doch ganz gut für unseren Verein, weil kein anderer zu uns möchte. Gerade mit dem Kau-Trainer. Alukogianis würde trotzdem zu uns kommen wollen. Das ist sehr interessant. Wir müssen aber so oder so verschieben. Wir brauchen dieses Budget für Kollege Fabio Silva. Das sind unsere ganzen Leihspieler, die gehen werden, also die, die wir uns geliehen haben. Der Beste war, ich würde schon sagen, Ben Romitz. Beste Durchschnittsnote hat Emmas. Dann Wermit, dann Clark, dann Gutierrez, dann Chaya, dann Hotic und ja, Zanchila und Octay haben so gut wie gar nicht gespielt. Die meisten Spiele hatte dann schon Mitch Clark, der eigentlich nur geholt wurde als Ersatz, als sich Paul Henrique verletzt hat. Ich möchte so gerne diese E-Mail lesen, Fabio Silva vorwechsel oder so, wie auch was auch immer da steht. Bestätigt Wechsel heißt es. Das wäre so, so schön. Weiterhin starkes Interesse von vielen, aber keiner, der ein Angebot gemacht hat. Also die Chancen steigen natürlich von Tag zu Tag, wo kein Angebot reinkommt, aber sobald irgendwo entsteht, dass XY ein Angebot macht für Fabio Silva, dann sind die Chancen auf 5% wieder. Ich würde sagen, momentan sind die Chancen auf 40%, dass wir ihn bekommen, weil halt noch keiner ein Angebot gemacht hat. Porto möchte ihn abgeben, Fabio Silva hat sofort akzeptiert diesen Vertrag, den wir ihm angeboten haben. Oh Leute, das wäre so, so, so gut wäre das. Ich weiß gar nicht, könnte, wenn wir verschieben würden aufgrund des Budgets, noch jemand dazwischen funken? Eigentlich, eigentlich von der Logik her schon, aber ich glaube, ich glaube nicht. So, ganz viele Scouting-Berichte. Aber auch kein Fabio Silva. Das sind die ganzen Berichte, die ich nochmal reingeholt habe für das weitere Scouten, aber es wird wohl wirklich auf diese blinden Leiden wieder drauf ankommen. Frankie de Jong ist übrigens zu Liverpool gewechselt, 132 Millionen. Korea ist auch gewechselt. Zu wen wechselt der wohl? Ich habe irgendwie so das Gefühl, der geht zu Chelsea. Ah, United, 101 Millionen und Havertz wechselt zu der sobischen Bayern, oder? Nee, da, der geht zu Chelsea. Oh, okay. Alles klar. Oh, da kommt es schon. Ich möchte diese wunderschöne E-Mail lesen. Weiterhin keiner Interesse, also gut, Interesse ist da, aber keiner hat ein Angebot gemacht. Ich glaube, auch Fabio Silva ist nicht mehr so krass vom Talent her bewertet, wie die letzten zwei Jahre. Rein vom Gefühl her, was ich nannte. Er kommt wirklich, holy shit und wir können sofort, Alter, was für ein krasser Transfer. Holy shit, wir können uns echt Fabio Silva holen und machen das auch. Es sind extrem viel vom Budget weg, ja, aber es ist Fabio Silva, Leute. Es ist Fabio fucking Silva, den wir für 525.000 bekommen und ja, er hat eine Ausstiegsklausel drin. Es ist nicht ganz so schön, aber holy shit, wir kriegen Fabio Silva. holy fuck, also mehr Glück kannst du eigentlich nicht haben, dass du so einen krassen Stimmer für so wenig Geld bekommst. Holy fuck, hat nicht ein Spiel für Porto gemacht? Ja, aber es ist halt noch 18, ne? Boah, geil, holy shit, wir kriegen halt so einen krassen Spieler für so wenig Geld. Ich fasse es ja nicht. Gut, gut, geil, aber jetzt müssen wir uns weiter konzentrieren. Also es hat extrem viel vom Budget weggenommen, aber es ist gar nicht so schrecklich. Die Frage ist, was machen wir jetzt, dass wir nicht ganz so dumm sind? Ich würde sagen, ich werde meine Planung im Sturmzentrum ändern, werde nur mit Fabio Silva und Tori Grosser in die Saison gehen und ab und zu darf dann vielleicht ein Jugendstürmer rein. Ich hatte gestern Abend noch einen Kommentar gelesen, der meinte, Brodi, TBM, bist du komplett blind? Das ist meistens der Fall, ja? Der Henriksen, den wir bekommen haben im Intake, der soll ein richtig guter Rechtsaußen sein. Habe ich nicht so gesehen erstmal, aber zeigt mal her, wie wäre der als Rechtsaußen? Ja, ein bisschen langsam vielleicht, ne? generell schön, dass er so viel Talent hat, aber irgendwie zeigen sich die Werte dafür nicht. Ich würde sagen, ich lasse ihn erstmal als Stürmer ein bisschen trainieren, weil so oder so als inverser Flügelstürmer oder Flügelstürmer soll er auch Abschluss können, kann er so oder so nicht. Die Werte gehen auch gerade ordentlich runter. Aber wäre vielleicht doch eine bessere Idee, gerade wegen dem Dribbling, wobei gerade in dem 4-3-3-3 ist der Schimmer sehr eingebunden ins Passspiel und so. Aber wäre vielleicht eine Idee oder den generell zum Flügelspieler zu machen, weil selbst Weitschüsse sind ja scheiße. oder vielleicht sogar als ZM. Aber generell hat er so viele Defizite. Das war nur so nebenbei, dass ich dann halt irgendwann mal einen Spieler hole, wenn Tori Grosz oder Fabio nicht spielen. Aber so oder so bleiben wir eigentlich bei zwei Stürmern. Vielleicht probieren wir es noch eins zu leihen, wenn da kein Geld im Spiel ist. Also was wir zahlen müssen, wir gucken mal. So, was machen wir jetzt mit dem Linksverteidiger? Wir haben hier noch Charles Traoré, der ist ablösefrei. Der hat ähnliche Werte wie Lyko Giannis. Giannis hätte halt sehr, sehr viel, was er an Gehalt verdient. Das würde halt noch mehr wegnehmen. Er würde kommen wollen. Aber ich glaube, das werde ich abbrechen, weil das ist mir jetzt zu viel Geld von diesen nur noch 360.000, die wir haben. Da ist übrigens sehr viel vom Scouting-Budget mittlerweile rübergerutscht, weshalb es so viel, also so viel ist es ja nicht, aber weshalb es ein bisschen mehr ist. Ich glaube, wir haben jetzt nur noch 70.000 Transferbudget oder so. Aber ich werde es glaube ich abbrechen. Wir hatten mir dann Linksverteidiger ein, auch einen Rechtsverteidiger. Den einzigen Spieler, den ich wohl gerne noch kaufen möchte, wäre der Stamm 6er. Da würde ich mein letztes Gehalt oder letztes Budget reinstecken. Wir haben jetzt noch ungefähr, na gut, das macht keinen Sinn hier. Wir könnten uns einen Spieler für, sagen wir mal, 700.000, sagen wir mal, 600.000 leisten, der Rest geht dann in die ganzen Leinen. Also leihen uns einen Backup-Rechtsverteidiger, einen Backup-Linksverteidiger, ich hoffe, Paolo Henrique pusht dann, einen Backup-Sechser, einen Backup-RM und einen Backup-LM. Und dafür haben wir jetzt Fabio Silver geholt. Damit kann ich ehrlich gesagt leben. So, dann zeigt mal her, ich habe hier viel gescoutet wieder. Warum sieht das hier so strange aus? Die DMs. Ach, da haben wir gewartet auf Masovic. Ja, das wäre schön, wenn der auch mal auf die Transferliste kommt. Ansonsten wird es teuer. Sehr teuer. Müssten da wieder sehr viel mit Klausen arbeiten. Masovic wäre dann aber sogar der billigste von dem, was der FM sagt. Jedenfalls auch von der minimalen Ablöse. Was haben wir denn hier bei der U22 noch so? Vielleicht holen wir uns einfach ein Talent da schon und gucken dann eher, dass wir einen richtig guten Sechser geliehen bekommen. Die nehme ich mal raus. Wobei eigentlich die Jungen wahrscheinlich ein bisschen teurer werden, oder? Weil alles leichter, wenn einfach mal Masovic auf die Transferliste kommen würde. So, wir brauchen einlei Linksverteidiger. Höchstens 30 passt. Bello wäre interessant. Wir sollten vielleicht auch mal hier den Filter reinklatschen. Ja, komm. Da müssen wir glaube ich noch ein paar Tage warten, bis die Transferphase auch richtig losgeht. Was hätten wir noch auf rechts? Rechtsverteidiger. hätten wir das? Ich werde dann mal meine Stürmer-Shortlisten löschen, damit wir ein bisschen mehr Übersicht haben. In der Leideste war eh nichts drin. Und vielleicht kommt ja dann noch irgendjemand ganz billig rauf, weil den kann man sich dann vielleicht leisten. Trainingsstart ist am 5. Hey, Fabio Silva, boah, kannst du ja keinem erzählen, ne? Unglaublich. Ach, was? Ach, Club-WM, warum ist denn, ne? Club-WM im Juni? Weil logischerweise ja WM war. Haben wir das mitbekommen? Ich muss mal kurz überlegen, haben wir das mitbekommen? Jein. Haben wir das gecovert? Alter, was ist da los gewesen? hab ich die WM irgendwann im Winter mal angeguckt? Das ist halt auch so behindert, warum ist die im fucking Winter? Frankreich? Achso, wir haben ja 2020. Der ist so durch, ne? Aber warum ist denn jetzt trotzdem die Club-WM im Juni? das macht ja noch weniger Sinn als mein Gedankengang gerade. Club-Rode-Cup Ist das die richtige? Ja? Warum ist der im Juni? Ist das irgendwie neu geregelt ab 2020 oder so? Man hat in City die Club-WM gespielt letztes Jahr auch im Nee, das ist aktuell Club-WM, 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 anscheinend nicht im Juni. Nee, die haben die auch im Dezember gespielt. Warum ist denn die Club-WM im Juni? Ich habe hier gar nichts gelesen. Vor allem das ist heute komplett anders. Warum sind da so viele europäische Vereine? Ist wahrscheinlich irgendwie komplett neu geregelt auch wegen der European Conference oder wie auch immer die Scheiße jetzt heißt. Egal. Wird schon irgendwo stehen. Ist mir wurscht. Da nehme ich eh nicht dran teil. Jetzt laufen gleich die Verträge von Fortes, Steinhardt, Wein, Erdmann und Moll aus. Dann haben wir da auch wieder ein bisschen mehr Gehaltsbudget frei. Nicht wirklich viel, aber es hilft ein bisschen. Wobei das auch gleich wieder dann weg ist, wenn die ganzen anderen kommen. Dann wird eher interessant, wie unser Budget aussieht, weil das wird dann heftig umswitchen wahrscheinlich. Ja, unser Kader wird nicht so gut sein. Ich ist ein bisschen blöd, ne? Und dann wieder absteigen. Das wäre halt doof. Aber zum anderen, ich habe doch eigentlich meinen Wert bewiesen, oder? Und ich brauche jetzt halt das Geld. Also please gibts mir. Aber gut, kannst eh alles haben. Ich glaube aber selbst wenn wir jetzt noch leiden, könnte man einen soliden Kader hinstellen. Wir müssen halt das Glück haben, dass wir die Punkte irgendwo holen. Und dass ein paar andere Vereine schlecht genug sind, dass die unter uns bleiben. so traurig wird es nicht werden, weil der ist gegangen. Das sind die ganzen Verträge, die bei uns auslaufen. Spielerverträge, die auslaufen im nächsten Jahr. Vorstell soll ja am besten noch gehen. Fabi Greidinger hat auch noch ein Jahr Vertrag. Genauso wie bei Ja, Bohnmann, Paolo Henrique, Eric Vega, Giallo und Palancia haben ja versucht ein paar kürzere Verträge zu machen, als okay. Also könnte vielleicht, wenn es gut läuft, im nächsten Jahr auch wieder einen kleinen Umbruch geben, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Spieler wie Giallo, Bohnmann, Palancia oder auch vielleicht sogar wirklich Bayer und vielleicht sogar Greidinger gut genug für die Erste Liga sind, dass wir die dann austauschen müssen und die jetzt so lange auf Verträgen sind, die Ewigkeiten noch gehen und die dann keiner gerne gehen so und die Transfer Phase ist eröffnet die Spieler sind zwar noch nicht da jetzt kommen sie erst Fabio Silber wir haben echt Fakus Silber bekommen und vor allem kein anderer hat da mitgemacht da waren ja einige interessiert aber keiner hat mitgemacht in den ganzen Tagen und jetzt ist er bei uns der Fabio 1 minus ach komm 1 minus für den Transfer ihr glaubt so selbst nicht das ist halt 1 plus 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 unglaublich so Bikirudo darf erstmal allen hallo sagen den neuen und dann der Torikos hat auch noch mit und dann haben wir das unglaublich er einfach bietet uns ein Probetraining an für Henriksen okay warum auch was haben wir hier sonst noch so Avdolos auch von mir aus dann können sie mal gucken wie es bei anderen fallen läuft Stuggi möchte Hendrixen haben ne auch wenn er nicht so toll aussieht ich lasse das erst noch das möchte ich auch nicht abgeben okay ja das ist bisher sehr eng hier aber das ist bisher unser Kader Fabio Silber wir haben Fabio Silber bekommen unglaublich ey Leute ich fasse es nicht können wir mit ihm vielleicht schon einen neuen Vertrag aushandeln damit er keine Ausschicksklausel hat nein natürlich nicht krass ey so viel Glück muss er erstmal haben okay das Budget ist wirklich sehr weit nach unten gegangen so das sind jetzt die Spieler die auf der leihliste sind ach guck mal das geht doch jetzt ne Felix Passlack wäre sehr interessant das Ding ist aber da möchte doch bestimmt Dortmund genug Geld haben dass man den halt nicht holen kann aber ich frage mal trotzdem an oh ne also selbst das meiste Gehalt könnte man nicht stemmen sind jetzt auch übrigens natürlich nur die Spieler die auf der leihliste selbst sind und die jetzt interessiert wären heftig vielleicht von Chelsea ne im Prinzip müssen wir einfach alle durchgehen und gucken wer wohl Bock hat als auch kein Geld verlangt was sehr schwer wird die wollen alle Geld gut Außenverteidiger ist immer so eine Sache ich glaube da wo will man so oder so immer Geld haben weil gute Außenverteidiger sind halt wirklich sehr wertvoll kann Brügge nicht endlich mal Masovic auf die Transferliste packen aber ich glaube aktuell wäre das auch hier zu viel kann ich den vielleicht leihen das wäre doch was könnte ich aber ist auch schon wieder echt sehr viel Geld gerade hier die monatlichen gebühren für die Einsatzzeiten oder eben keine Einsatzzeiten die 4.3 die würde ich übernehmen aber das den Rest nicht das wäre mir zu blöd wir schauen einfach mal ne so ich habe ja extra die Scoutingberichte abgebrochen damit wir jetzt hier mal die Leute scouten können die wir noch nicht gescoutet haben damit wir wenigstens etwas wissen unsere Scouts sind ja scheiße weshalb weshalb ich da wahrscheinlich wieder so tolle Berichte bekommen werde wo dann so 20% oder so erst gescoutet sind nach einer Woche und wenn ich da meine anderen Scouts in anderen Saves anschaue die haben dann nach einem Tag schon 100% denke ich mir super dankeschön also so krass ist es nicht aber es fällt schon sehr auf dass die Scouts hier echt nicht gut sind bisher ich hoffe das kriege ich dann irgendwie geändert Svenson wäre auf der Transferliste sehr interessant links ist es vielleicht gar nicht so wichtig wie rechts weil ich traue Fabi das eigentlich echt zu dass er pusht in der 1. Liga der Typ ist der ist on fire immer der gönnt sich wie er möchte aber gut 1. Liga ist da trotz immer noch was anderes also ich möchte jetzt nicht sagen dass er es easy fühlen wird egal wie gut er ist aber naja so dann schauen wir mal was die hier alle so können die wir gerade gescoutet haben müssen natürlich auch erstmal ein bisschen warten schauen dass man sich irgendwie nachgucken kann was so die erforderliche Summe wohl wäre bei der Leihliste ich glaube dafür gibt es keinen Filter weil die ganzen Gehaltsforderungen die wir glaube ich drin haben die beziehen sich nur auf ein Transfer würde ich sagen weil sonst würde ja bei irgendjemand schon was stehen oder ich könnte mal kurz gucken bei Portanova was da wohl stehen was da wohl stehen würde ohne dass ich den jetzt haben möchte also ich sehe die würden 4-5 wollen also das hat damit gar nichts zu tun gut der Scoutingbericht der war jetzt auch ein bisschen älter muss ich dazu sagen warte mal haben wir einen zufällig der relativ neu ist guck mal hier ach nee Hotich ist Schwachsinn hier von Pedro Diaz 8-2-12-5 ich glaube das würde komplett anders aussehen ja gut komplett nicht aber es ist halt nicht das was relevant ist dafür und ich glaube einen Filter dafür gibt es nicht oder kurz mal gucken das dürfte ja unter Scouting sein wie sonst auch immer nee weil das ist ja das hier was hier drin haben Transfer dürfte auch nicht irgendwie drin sein nee ich glaube nicht und was anderes gibt es gibt es eher nicht nee ja gut dann hoffen einfach mal dass wir gleich irgendwie was finden ne wäre ganz schön Patrick Berg wäre hier noch das ist alles zu viel also ein paar Geld da müssen wir schon übernehmen aber ich hoffe irgendwie dass wir da irgendwo mal eine Laie bekommen die wir dann nicht so extrem zahlen müssen ich würde jetzt aber auch ungern also so oder so ist es jetzt schon zu spät aber ich würde auch ungern einen Partnerverein dafür nehmen das sind die Spieler die entlassen wohnen vielleicht können wir da noch was machen teuchert wäre naja wobei jetzt haben wir im Sturm was gemacht Bart Stuber ist mir zu verletzungsanfällig Jonas Mavi nee vor allem möchte der bestimmt auch extrem viel Geld haben Javi Martínez ich glaube nicht dass ich mir den leisten kann wäre aber sehr cool ah Mitarbeiterrolle möchte der okay dann lass mal Willems wäre auch sehr interessant als Linksverteidiger aber der hat erst mal gar keinen Bock Jitsanka wäre auch super interessant Superstyle nee der wird halt mindestens 50.000 haben wollen 11 hmm hmm man kann ja mal gucken 12 Monate Vertrag ist jetzt nicht so schlecht 32 klar ist schon alt aber man könnte ja mal gucken vielleicht hat er ja Bock und vielleicht haben wir ja auch Bock wenn er so auf 7 wenn er auch so auf 8 möchte vielleicht ja okay ich glaube 9 wird schon so ungefähr werden ja kann ich mir nicht vorstellen dass er unter 9 nimmt 9 nimmt doch 8 5 wollen wir den haben das kann glaube ich ein richtig guter Spieler für uns sein oder so ein richtiger 6er hat gute mentale werte als Backup so viel verdient er nicht Rekota wäre auch noch da aber ich glaube den würde ich wenn dann auch erst auf den Flügel ziehen Valentini vielleicht als Backup für die Außen hinter Fiamozzi möchte auch nicht wirklich viel haben ja gut die sind auch alle alt muss man dazu sagen also 32 ist halt mittlerweile schon wirklich steinalt im heutigen Fußball Zeitalter wo die Spieler halt schon mit 17 anfangen Profispiele zu machen früher hast mit 21 noch sehr jung gewirkt heute hast du mit 21 teilweise schon 300 Ligaspiele gefühlt zumindest also hier muss ich natürlich vorher noch scouten aber ich sehe jetzt hier kein großartiges Problem darin den Spieler zu holen das gleich mit Ilzanka das wäre sehr interessant Janschke wäre auch noch dabei aber der ist wie schnell ist ein Valentini eigentlich 10 bis 13 A muss man mal gucken aber das wäre schon das wäre eine interessante Variante vielleicht weil dadurch dass sie jetzt aufgestiegen sind eröffnen sich natürlich auch neue Möglichkeiten bei den Spielern die keinen Vertrag mehr haben weshalb wir die im Winter auch gar nicht erst gesehen haben weil die wollten dann bestimmt nicht in die zweite Liga gehen es kann natürlich auch noch komplett sein dass andere Vereine rankommen und sagen ja hab Bock und dann haben wir wahrscheinlich eher keine Chance Bayern möchte Orwanski haben 1,5 Millionen für den 15-Jährigen der jetzt erst gerade kommt das heißt für mich aber dass der schon ein krasses Talent ist also ich würde schon mindestens 7,5 haben wollen die Schütze gehen mit opfer ich Orwanski für ein bisschen bessere Spieler in dieser Saison der Typ wird so ein krasser Typ wahrscheinlich da müssen schon mindestens 7,5 raus kommen und eine weiter Verkaufsklausel in Höhe von 50% da muss ich hart bleiben ja ich würde gerne besseren Kader dieses Jahr haben aber ganz ehrlich das wird so ein krasser Spieler glaube ich Schütze gehen weiter mit das das ich glaube das wenn die annehmen sogar die 7,5 wenn ich es richtig verhandeln würde wenn ich jetzt hier nämlich auf 5 gehen würde dann würden sie es glaube ich annehmen holy shit 3 ich glaube wäre ich da wirklich auf die 5 gegangen in der raten zahlung hätten sie es angenommen 2 2 2 2 Eichinger ok unsere Talente sind beliebt wow die sind da viele interessiert uiuiui machen wir jetzt mal einen tag weiter ich würde das so geil finden wenn wir in 2 Jahren mit Eichinger und Ovanschki in der Zentrale spielen einfach nur weil die aus unserer Junk gekommen sind das wäre halt so nice aber wir können es uns momentan halt eigentlich nicht leisten die Spieler so zu halten wenn halt wirklich ein gutes Angebot reinkommt also Ovanschki wirklich mindestens 7 5 Eichinger würde ich sagen 5 sogar aber gut eh die Angebote reinkommen da wird es noch ein bisschen dauern haben wir schon Scouting berichtet zu Ilzanka und Valentini noch nicht leider aber mal ganz ehrlich ich glaube das ich machen also gerade bei Ilzanka werde ich glaube ich machen bei Valentini bin ich bin nicht sicher aber Ilzanka sieht halt so gut aus Valentini kann sogar auf beiden Seiten und ich glaube nicht dass ich da jetzt großartig Spieler per lei bekomme die dann viel viel billiger werden weil wir haben es ja gerade gesehen wie viele da sind die viel viel Geld haben wollen ich werde die mal hier rausnehmen damit das ein bisschen schneller geht so wie immer Bei Ilsanka bin ich mir sicher, dass ich das annehmen werde, sobald die News reinkommt. Weil, oder? Wenn wir Ilsanka mit Masovic vergleichen, der Herbert, nee, wir suchen den Stefan. Masovic, 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 ist er hier noch drin? Ich glaube nicht. Nee. Dann wäre das, äh, ich glaube schon sehr auf der Seite von Ilsanka. So, zeig mal her. Sehr lustig aus, zack, zack. Ah, doch nicht. Na gut, wobei wir nicht so viel wissen von Ilsanka. Aber leider, na mal her, Masovic wäre... Ah, ich brauch die scheiß Scouting-Berichte. Mensch, könnt ihr nicht mal ein bisschen schneller arbeiten? Please. So, hier, die können wir wieder löschen, damit es schnell geht. So, zack. Valentini und Ilsanka kommen dann gleich erst. Forsell geht zu Lech Posen. Mainz macht ein Hack-Weck-Angebot für Lukas Bliese. Und das ist jetzt wirklich interessant, weil das ist eine Million und Bliese ist momentan vierte, ja, vierte Wahl bei uns in der Jugend. Und er hat Talent, ja, ohne Frage, aber Lucic, Urwanski und Eichinger sind besser. Und links, ich sehe ihn nicht als Linksverteidiger eigentlich, weil dafür ist er ein bisschen zu langsam. Ich glaube, das werden wir machen. Ich glaube, Mainz... Leute, seid ihr komplett... Achso, ich wollte gerade sagen. Ich dachte, jetzt kriegen wir ein Leih-Angebot für Fabio Silva. So sehe ich aus, dass ich Fabio Silva verleihe, ne? Ich dachte jetzt gerade schon. Aber sorry, eh, zu rumsbohr. Ich dachte, ihr meint Fabio, nix ging euch. So, hier würde ich aber 50% beim nächsten Verkauf haben wollen. Wie gierig dürfen wir sein? Ich glaube, 2,5 ist zu viel, ne? 2 könnten wir vielleicht machen. Aber dann müssten wir, glaube ich, hier runtergehen. Ich werde mit 1,9 starten, wegen der Weiterverkaufsklausel. Oder ich nehme die raus. Ich nehme, ich mache... Wie gierig darf ich sein bei Mainz? Ihr wart letztes Jahr nicht so schlecht, ne? Platz 6... Ach, komm, ich kann mal ein bisschen ausquetschen. Okay, 1,4. Probieren wir es mal mit 2 und den 50%. Nehmen sie an. Wäre okay, oder? Bliese, ja, kann auf jeden Fall was Gutes werden. Aber ich glaube, da nehme ich wirklich die 2. Eichinger möchte ich nicht verkaufen. Ah, der wird sich ärgern, dass da gute Vereine rankommen. Und ihn holen wollen. Vorstell ist gegangen. Sehr schön, das gibt uns wieder ein bisschen Raum zum Atmen. Alles wäre so schön, wenn Masovic mal auf der Transferliste wäre. So, gucken wir mal weiter. Gibt es noch einen Scouting-Bericht? Ich glaube, wir sind keinen Tag nach vorne gegangen, ne? Ne, müssen wir erst zum 5. Juli. Ja, 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 ja. Backen halten. Ist doch vollkommen wurscht, ob Forza geht oder nicht. Der hat eh nicht gespielt. Was wollt ihr mich da fragen? Dann müssten wir gleich auch noch die Testspiele machen. Ich glaube, das machen wir jetzt mal, ne? So, Liga-Start ist am 14. Pokal-Start am 8. Viel Zeit haben wir also nicht. Deshalb machen wir hier ein Testspiel gegen unsere U23. Davor, eine Woche davor gibt es das interessanteste Testspiel gegen... Ja, Salzburg wäre wieder interessant. Ich würde... Oh, Lille wäre auch interessant. Monaco mit dem Geld. Ajax wäre, glaube ich, am spielstärksten, oder? Würde auch am meisten kosten. Ne, die brasilianischen Vereine würden am meisten kosten. Ajax hätte ich Bock. Ich hoffe, die haben auch Bock auf mich. Und jetzt im Trainingslager würde ich sagen, machen wir noch... ...spiele gegen... ...ansatzweise interessante Vereine. Thun wäre interessant, so als Mittelding. Und dann irgendein Dorfverein. Hier am Start des Trainingslagers. Jo. Mal schauen, ob sie das annehmen, ne? Das ist ja okay. Trainingsplan kurz machen. Erste Woche ist ganz easy. Da wird erstmal ordentlich gepumpt. Damit die Jungs, äh... ...ihren Sommerspeck loswerden. Den sie hoffentlich nicht haben werden. Ja gut, das ist ein bisschen zu krass für den ersten Tag. Und ab hier geht's dann in die Taktik rein. So, was machen wir noch? Angriff und... ...verteidigen, würde ich sagen. Einfach so die Basics, damit man ein bisschen reinkommt. Und danach geht's erst richtig los. Also am Donnerstag muss ich wieder neu machen. Alle angenommen? Alle angenommen. Sehr schön. Sind immer noch nicht am 5. Juli. Ich überlege gerade, wäre das halt zu... ...naiv. Wenn ich mit 4-Mozzi Valentini auf rechts und Henrike und Vega auf links in die Saison gehe. Ich glaube ehrlich gesagt, ja, aufgrund der Stärke von Henrike und Vega. Rechts habe ich gar kein Problem, wenn ich mit 4-Mozzi und Valentini spiele. Aber auf der linken Seite habe ich dann schon ein großes Problem damit. Rein von meiner Idee her, was ich sehen möchte. Weil Paul Henrike war ja so oft verletzt. Und wenn er das halt jetzt wieder ist, was mache ich dann? Erik Vega Stamm spielen lassen auf der linken Seite? Also bitte, oder? Eher nicht. So, der Strafenkatalog. Hier muss ich mal kurz meinen Screenshot rausholen, den ich immer raushole. Weil das wird ja nicht gespeichert, warum auch immer. Das ist so ein richtiger EA-Move. Neues Feature anbringen, aber dann wird das nicht gespeichert für... ...oder man hat keine Vorlage dafür. So, 2 Wochen. 2 Wochen. Dann hier 1,5... Quatsch, 1 Woche. 1 halbe Woche, meine Fresse. Ab hier 2 Wochen. Halbe Woche, 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 2 Wochen. 1 Woche. Und ab hier 2 Wochen. Joop. Teambesprechung? Ja, das liebe ich. Willkommen zurück, Jungs. Unser Ziel ist es, nicht abzusteigen. Hey, sieh, nimm's mal an. Und Strafenkatalog ist auch da Oh, super Brodies Freuen sich alle richtig auf die Strafen Unser Trainingscamp Team, das werde ich mal selbst machen Weil ich habe da irgendwie ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht Was der FMR mal raussucht Und dann heult irgendjemand rum Stellt euch mal vor, der würde Fabio Silva nicht mitnehmen Und dann hätte der gar keinen Bock mehr auf mich jetzt schon So, Fiamozzi Lang würde ich gerne verleihen, deswegen Kommt der nicht mit? Erik Vega, nehme ich mal mit Vigoro von mir aus Aichinger, ja, wäre Bekirudo, Bayer Geraldes Gio, gehört auch noch dazu Geilinger, Schnitzer, Tori, Gossa Und natürlich Fabio Silva Aus der U19 Würde ich gerne Lucic mitnehmen Owanski Halas Henriksen ist gerade unterwegs Schabani Jäger Friedlein Und Das war's glaube ich Von denen ich gerne mitnehmen würde Ach komm, Niklas Lang kann ich auch noch mitnehmen Wir haben halt Dann immer noch neun Plätze frei Lang würde ich halt gerne verleihen Wie sieht's denn aus? Könnten wir vielleicht Mitch Clark wieder leihen? Weil der hat sich bewiesen Ich glaube auch, dass der pushen kann in der ersten Liga Michi Vielleicht Hat er ja noch Bock Nicht gewillt den Spieler auszuleihen, leider Ist auf der Transferlist übrigens für 1,9 Millionen Wie wär's wenn wir 100% vom Gehalt übernehmen Und eine Kaufoption hätten Für diese 1,9 Millionen Weil Schon wieder Wie beim letzten Mal schon Vielleicht nehmen sie es ja an Ziemlich sicher nicht, aber Mal gucken Aber ne, ich Also Valentini ja Ilzanka ja Höchstwahrscheinlich zumindest Aber Jetzt Nur Paulo Henrico und Eric Vega Links Nein Also Linksverteidiger Bitte, bitte leihen Gibt's da schon einen interessanten? Das sind jetzt erstmal hier Die wir noch nicht gescoutet haben Da sind jetzt Nicht wirklich viele interessante drin Botmann und Vokins vielleicht Aber Interesse haben wir schon Nicolaas Dier wäre interessant Luca Ranieri Gottfried Frimpong Was ist denn eigentlich aus dem Kravitz geworden, der bei Stuttgart war, glaube ich Nie wieder was von dem gehört Der hier sieht übrigens gar nicht so schlecht aus Würde der wollen? Guck mal, das würde zum Beispiel gehen 4-3 Wir bezahlen nix Wir nehmen erstmal an Müssen die natürlich eh noch weiter scouten Ich mach das mal kurz auf die Shoutlist hier Damit wir nicht immer wieder alle neu laden müssen Das geht mir heftig auf den Sack Machen wir auf die Standard Shoutlist Ich glaub da ist nicht so viel drauf Ja, so viel dazu So, Lycogiannis Wobei der Vielleicht könnten wir den leihen Das wär halt super geil Wir würden halt 60% übernehmen Und Auch hier eine Kaufgebühr Gut, das können wir gar nicht reinklatschen Aber wir können immer fragen So, Clark Lycogiannis nehme ich hier raus Die gehören nicht dazu Ein bisschen was können sollte er ja schon Also sollte jetzt nicht vollkommen die Nulpe sein So Und hier raus jetzt einleihen Das wär gut Was möchte Torino für Michelotti haben? Die Achso, wir haben kein Geld Deshalb Ist das So Das ist super Oh Leute Ich glaub wir müssen erst mal Bliese verkaufen Weil das Budget wird ja auch immer abgezogen Wenn wir schon die Angebote gemacht haben Ist ja übrigens noch nichts von Ylsanker Ich würd sagen wir machen auch nur noch bis zum Donnerstag Dann kann ich den ganzen Trainingsplan Für die ganze Vorbereitung machen Kann noch ein bisschen scouten Und schön ist dann So, wir haben jetzt auch die ganzen Scouting-Berichte fertig Für die Spieler, die wir vielleicht auch holen möchten So sieht also Ylsanker aus Von dem was wir wissen Er bekräftigt mich ein bisschen in meiner Meinung Das Ding ist aber Masovic sah besser aus Kostet aber auch deutlich, deutlich mehr Wo ist er schon wieder? Hier, sah Klar, Mental ist natürlich bei Ylsanker Aber Ja Ist doch logisch, oder? Mit 32 Halt fucking 10 Jahre älter Wäre er in dem 4-3-3 ein Abräumer Ja Wär okay Masovic würde ich vorziehen Aber gut So Das ist bei Valentini hier Als Backup für Fiamozzi Ja Das glaube ich auch okay Also die beiden werde ich Holen Auch wenn ich mir wirklich wünschen würde Dass Masovic auf die Transferliste kommt Aber ich mache beide klar Und Warte dann mit dem 6er noch ein bisschen Und vielleicht kommt dann Masovic Und den kann man ja dann Auch als Talent aufbauen Würde ich sagen Und beide haben ja eh nur 12 Monate Vertrag Also Valentini kommt Und die Ylsanker kommt Achso, stimmt Da können wir noch gar nicht Der hat ja noch gar nicht bestätigen wollen Ich so Ja komm, komm, komm Und er so Ich bin doch noch gar nicht fertig Also Valentini kommt in den Trainingskader Trainingslagerkader Wird von Tori Grosser begrüßt Und Wir gucken weiter Bayern macht weiterhin ernst Bei Ovanski Dann machen wir natürlich auch ernst Und schicken ein ernstes Angebot Als Gegenangebot raus Würden sie annehmen Krass Das ist halt ein 15-Jähriger Jochen Ovanski 7,5 Millionen Der muss so ein krasses Talent haben Ach, zu Schande Also Es ist klar, ne Wenn wir Ovanski verkaufen Bekommen 7,5 Millionen Und kriegen beim nächsten Verkauf Von den Bayern weg Halt auch noch Geld Das ist schon ein richtig guter Deal Für einen Spieler Den wir jetzt halt gerade Vier Monate haben Wir wissen Dass er halt ein richtig guter sein wird Aber wir müssen ihn halt auch aufbauen Das wird noch lange dauern Also In drei Jahren Wird er halt erst gut spielen Das ist halt Das ist halt bitter Wir kriegen viel Geld Aber wir gehen Wir Lassen halt auch eine riesen Option gehen Dass wir halt vielleicht Die nächsten Hummels haben könnten Zum Beispiel Aber Naja Ganz ehrlich Leute Ich hab super Bock Dass Ovanski Bei uns Der Innenverteidiger Schlechthin wird Aber Das Angebot Das ist einfach zu gut 7,5 Millionen Wir brauchen dieses Geld jetzt gerade Der HSV hat Ein schlechtes Angebot Für Lukas Bliese abgegeben Und das wird dann zwar jetzt nochmal Also wirklich nochmal Die ganzen Planungen Über den Haufen werfen Aber es sind 7,5 Millionen Ich kann das nicht ablehnen Das ist Ja Das ist wirklich so ein Angebot Das kann man nicht ablehnen Ganz einfach Das klingt ein bisschen klischeehaft Aber es ist ein Angebot Das kann ich nicht ablehnen Weil Schaut euch mein Budget an Ich bin in der 1. Liga Schaut euch den Kader an Den ich bisher habe Der momentan Momentchen So aussieht Damit in der 1. Liga bestehen Mit dem Transferbudget Noch den Rest ausgleichen Unmöglich Pass mal auf Wenn man möchte Liko Dianis nicht gehen lassen Würde mal 200 Achso das ist das Angebot Was wir schon abgegeben haben So Ilzanka kommt Den würde ich so oder so Halt auch nehmen Egal was jetzt mit Ovanschki ist Wen spielen wir denn jetzt Benfica wäre auch sehr interessant Benfica würde ich gerne haben Habe ich jetzt abgelehnt oder angenommen Anscheinend angenommen So Steffi ist auch da Benfica sagt auch ja Benfica ihr seid Brodis Dankeschön Dann ist der Kader wieder ein bisschen voller Jetzt bin ich gespannt Ob wir noch bis Zum ersten Testspiel Die Bestätigung bekommen Für Ovanschki Und dadurch natürlich auch das Geld Ich glaube Eichlinger muss ich Doch muss ich Okay So Unsere Local Player Dürften wir auch haben Wobei momentan haben wir nur 11 Jetzt sind es 12 Eieieiei Das tut mir echt gerade So weh Aber Süß Aber es geht nicht anders Es geht einfach nicht anders Ich werde das hier Ein bisschen runterpacken Weil wir können eh nichts erreichen Ach Ovanschki Und Bliese Das wären 9,5 Millionen Das wäre halt schon richtig Richtig gut Was wir dann bekommen würden Und vor allem Wir müssen ja nicht mal das ausgeben Dann haben wir halt schon Ein gutes Budget für nächstes Jahr Mit besserem Scouting dann Aber trotzdem Es tut mir so weh So einen guten Spieler gehen zu lassen So ein Angebot für Friedlein Das ist noch viel zu schlecht Angebote für Eichlinger Von Schalke Und vom HSV wieder Aber Mehr lasse ich jetzt nicht gehen Von der Innenverteidigung Also Lucic und Eichlinger bleiben auf jeden Fall Und ich hoffe dann einfach Dass wir wieder einen guten Spieler Bekommen im Intake Ich meine bisher haben wir schon Viele gute Innenverteidiger Bekommen im Intake Warum nicht auch noch einen fünften Ich möchte jetzt eigentlich auch nur noch so lange machen Bis die Bestätigung kommt Oder Wanschki Geht der denn eigentlich direkt? Ja ne Ich glaube ab Wobei ab 16 Darf er doch eigentlich erst gehen Oder? Vielleicht spielt er doch ein halbes Jahr Bei uns in der U19 dann Erst mal kaputt machen Nee Ist ja nicht bei meinem Interesse Der soll ja auch weiter verkauft werden Auch Dortmund kommt mit einem Angebot Für Wanschki Ja jetzt wird es aber wild Jetzt wird es wild Ja Dortmund Ihr könntet aber auch gerne mal ein bisschen hochpacken Auf 10 Millionen Sie würden es fucking annehmen Holy Shit Was habe ich denn da für einen heftigen Spieler? Der muss ja krass Ultra krass sein Wenn Dortmund Für einen 15-Jährigen 10 Millionen bietet Mit Weiterverkaufsklausel wohlgemerkt Der muss ja hier wirklich 20 Sterne haben eigentlich Alter Schwede Holy Shit Ich bin gerade so perplex davon Dass ich hier komplett vergessen habe Meinen Trainingsplan zu machen So wir spielen hier gleich Länger machen wir aber wirklich gar nicht mehr Dann nochmal bitte Ein bisschen Pressing trainieren Was man da halt so macht Beim Pressing trainieren Kurz mal auf die Shortlist gucken Auf die Scouting-Liste meine ich Aber eigentlich muss ich hier gar nicht jetzt Ne Ich weiß jetzt gerade nicht was ich machen soll Das hängt alles gerade so in der Schwebe Dank Kollege Wanschki Ich scoute die einfach alle hier nochmal Damit wir wenigstens etwas machen Während wir warten Rechtsverteidiger ist jetzt fix RM ist noch nicht fix Weil hier die Bei 100% sind Die muss ich jetzt nicht unbedingt Direkt wieder scouten So das da Haben wir haben wir haben wir Habe ich schon die DMs Nein Mensch Brüge packte Mamasovic auf die Transferliste jetzt Seid doch nicht so Wäre schön wenn Bayern jetzt nochmal nachzieht Und wir vielleicht da auch nochmal höher gehen können Wobei ich jetzt wirklich Baby Steps nehmen würde Also würde ich vielleicht 11 Millionen sagen Eieiei Regensburg macht ein Angebot für Fortis Das wäre interessant wenn der auch Sozusagen aufsteigt also nicht nur mit uns Sondern auch mit Regensburg So hier gibt es aktuell Von mir aus Nichts Nur weil ich jetzt hier das Probetraining angeboten habe Wird das Angebot von Mainz nicht abgelehnt Das wäre Schwachsinn Bochum möchte Keitling allein Was seid ihr denn für lustige Vögel Also bitte Also bitte Nee nee das Angebot ist noch da Eieiei Leute was wollt ihr denn immer von meinen ganzen Die Wutspielern ne Ihr ekelhaften Perversen Ich hab aber Obanschki wird leider nicht fix Bis zum Sportverein Bergspiel Was ist eigentlich SV Berg Für ein geiler Name ne Also mehr random geht doch eigentlich gar nicht mehr ne Das ist halt Also es ist ja sogar ein richtiger Verein Aber es ist halt einfach Wir machen jetzt einen Sportverein Was ist da ein Berg Super Super Einfach nur geil Was für ein Name So Bliese geht Vorbei Nee lass mal lieber Bevor das jetzt zu lange dauert Kravitz würde kommen Ich würde das gerne erstmal verschieben Weil ich gucken möchte was so passiert Ich möchte Transfers fix haben Leute Vor dem SV Bergspiel bitte Wird mir dieser Wunsch erfüllt Die Antwort ist höchstwahrscheinlich nein Na gut Dann nicht Aber für die nächste Folge haben wir mal richtig viel Action noch geplant Geht Obanschki zu Dortmund Bringt er uns ein Geldsing von 10 Millionen Ein 15-Jähriger Ich möchte es noch 20 Mal sagen Es ist ein 15-Jähriger Ah Leute Unglaublich alles ne Wieder Angebote für Eichhänger Aber ne Da geht jetzt nichts mehr Wir könnten nochmal den Wie hab ich da eben schon gemacht? Ah komm Jetzt lass ich es drauf an Komm ey Ich hab's da eben schon gemacht Gerade eben halt Was haben wir hier noch bekommen? Achso Für Friedlein hab ich nicht abgelehnt Na gut Also ich würde sagen Wir sind uns bei der nächsten Folge wieder Was da mit Obanschki passiert Ich bin sehr gespannt Ich hoffe natürlich jetzt Dass er zu Dortmund geht Weil 10 Millionen Das ist halt noch heftiger Als ohnehin schon Und mit dem Geld dann Was wir vielleicht auch noch von Bliese bekommen werden Also von Mainz Für Bliese Dann Ach jetzt wurde das Angebot echt abgelehnt Ja Ach fuck auf ey Echt jetzt? Warum? Nur weil ich ihn nicht zu Hoffenheim hab gehen lassen? Per Leihvertrag? Das ist aber schwachsinnig, oder? Ja Warum wurde er denn jetzt echt Wegen dem fucking Ding von Hoffenheim? Das ist jetzt heftig Bullshit Ich werde ihn einfach mal zum Verkauf anbieten Ja okay Das hätte ich jetzt besser wissen müssen Aber egal Da wird noch ein Angebot kommen 100 pro Also sehen uns bei der nächsten Folge wieder Wir sind alle gespannt Was mit Ovanschki passiert Dortmund möchte ich ihn Werden wir in der nächsten Folge sehen Ob er geht oder nicht Ich hoffe natürlich jetzt mittlerweile Auch wenn es weiterhin schade ist Aber 10 Millionen ist so oder so Schon richtig krass Also bis zur nächsten Folge Am Mittwoch Bis dann Tschö Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann